was erwartet man auch an der küste auf jeden fall speichern bevor man in ein haus reingeht man weiß nie was da drinnen rumlungert wie gesagt fiese ratte du ein leerer schrank im korb broschen ist doch schön eier eier wir brauchen eier ok schlechter von arg fünf von zehn nehmen schrank durchsuchen schön schön hier haben wir ein ziel beendet aha jetzt muss ich also wieder zu zum nebel heim und dann nach da und nach da zu kommen was man ja nicht alles für einen alten typen aus dem kneipe tut diesmal haben wir hier schon alles zerschnitzelt da kann man jetzt sich ein bisschen beeilen oder nicht ich würde sagen diesmal nehmen wir nicht mehr nicht mehr nicht mehr energie äh speichern ja ok das war nicht besonders schön aus aber mal gucken was in dieser Mühle drin ist wuhu ein Seelenstein ein gefüllter Seelenstock Mehlsack mit Mehl wer hätte es gedacht ... ... ... ... ... eine Rolle die Türen aufkriegt ein Sterningsschwert ein Gedichtenband ... ... ok ... 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 Das war's. So gut, versuchen wir es nochmal. Okay. Ja. Verdammt, ich war auch eben noch da. Aber. Stopp. Objekte. Mh, mh. Das gibt's doch nicht. Kann ich denn wieder zurücklatschen? Ist jetzt die andere Frage. Ja. Gut, jetzt müssen sie mir hinterher... Nein! 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 So. Nein, nicht die Konsole öffnen. Objekte. Eisenpranke. Beinkeule. Wurst. Dietrich. Stahlpfeile. Ein grüner Apfel. Hier waren noch gerade zwei Leute. Nein. Ich hab doch drei Leute umgenietet. Ah-ha. Ja, okay, cool. Wow. So. Speichern. Speicher doch einfach Ja, mehr wollte ich doch nicht Hallo Ich brauch auf jeden Fall ein paar Okay Das Zeug brennt nicht Mh Mh Ein Goldpaar Hallo meine Lieben Äh Vielleicht soll ich mal schleichen Mh 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 Im Moment dachte ich, dass wir Hier Auf jeden Fall mitnehmen Im Moment dachte ich, dass wir Ein Typ hier Diese Steinsformation Alles! Ich weiß, dass ich gerade Nein, nicht bei da hinten. Will ich da auf jeden Fall nach da unten? Ja, will ich. Ein paar Groschen und eine Truhe. Ein paar Groschen drin. Ein paar Groschen sind ein paar Groschen. Mal hin. Guck mal, da bist du auch der... Das ist doch ein geiler Stab. Auf jeden Fall speichern. Und... Teleport nach Ark. Truhe. Uh, Stärketrank. Letztcheidung. Frosten. Hm, hm. Ja, ich glaube, ich bin hier durch. Habe ich jetzt auf jeden Fall diesen geilen Stab mitbekommen. Na, gucken, was ich damit anfangen werde. Geilo, geilo. Ziemlich geil. Aber ich habe hier voll noch eine Hübe, in die ich rein muss. Wenn ich noch nicht geguckt habe. Ja. Mal gucken, was in dieser Höhle drin ist. Boah. Oh. Das. Ist vielleicht nicht so geil. Geldbeutel. Lauch. Also als erstes nehme ich mir wieder das. Als zweites ziehe ich jetzt ein bisschen Lauch und ein bisschen Kohl und ein bisschen Kartoffel. bis auf Wein hat man hier nicht viel, aber ich fürchte, ich muss noch einen grünen Apfel gemessen. Oho, ein gen... ein exklusiver Genesungsdrang. Sterlingshelm. Hm, ich weiß nicht, ob ich hier zu so kleinem Level schon sein sollte. Wer ist, China? ist aber auch schon gut ausgerüstet aber dafür habe ich hier eine rolle und zwar da geselle wow für 92 broschen das hat es ja wirklich gebracht Erze cool cool es gibt Erze die ich aufbauen kann sehr sehr schön was gibt es denn hier noch eine Tour cool 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 Moment langsam bin ich aber echt schwer ich glaube ich sollte so ein paar von den Hexten und Raffen und Schwerken rumlegen lassen was Eisenherz war es das jetzt etwa sieht ganz danach aus so naja da war ich schon hier war ich auch schon den Rucksack habe ich mir nicht durchsucht oh gut gut so dann würde ich aber sagen das war es für heute so ich werde den Schlüssel jetzt oder die Pilzproben heute nicht mehr sichern bis zum nächsten mal ented Ciao play bis zum nächsten mal oder ein Pay we vor